Angekommen. Wie einem albanischen Brüderpaar seine fußballerische Begabung dabei hilft, sich immer fester in Deutschland zu verankern. Wer hier angekommen ist, war viel unterwegs. Klinik Horizont heißt dieser Ort. Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Zwar ist Winterpause in der Kreisliga C, aber der FC Horizont hat Training. Ein Flüchtlingsteam, ein paar Deutsche dabei. Der Kader wird quasi wöchentlich umgebaut, denn kaum einer bleibt für länger. Jetzt ist es leider so, dass uns die Spieler manchmal schon nach vier bis acht Wochen verlassen. Und das ist natürlich schlecht planbar. Dennoch, Sie sehen ja selber mehr als 20 Leute auf dem Platz. Das Interesse bleibt groß. Viele glauben, wer hierher kommt, wird entdeckt. Darüber gibt es sogar einen Trickfilm. Das Projekt FC Horizont International in Rees. Flüchtlinge werden Torjäger. Mittlerweile hat der Klub über 43.000 Facebook-Fans, nimmt am regulären Liga-Betrieb teil und konnte 18 Flüchtlingen zur deutschen Spieler-Lizenz verhelfen. So eine integrative Idee erfreut Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Ein Lob der helfenden Hand. Im November bekommen Chris Terhardt und seine Jungs für ihre Arbeit einen Preis. Der Preis von 3.000 Euro soll dann Mannschaftskasse werden. Wenn man sich vorstellen kann, kann man bei einer Flüchtlingsmannschaft nicht wirklich eine Mannschaftskasse bilden. Die Bilali-Brüder aus Albanien haben hier auch mal gespielt. Deren Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie es laufen kann mit dem Fußball und dem Leben. So ein bisschen Aussingeschild sind sie immer noch. Und ich hoffe, dass die beiden so weitermachen. Erion hat ja einen kleinen Sprung nach vorne gemacht durch einen Vereinswechsel zu Eintracht-Reine. Erion Bilali finden wir am Ufer der Ems. Die U17 von Eintracht-Reine hat ein Auswärtsspiel. Er sitzt erstmal draußen. War krank unter der Woche. Hat das Wort Grippe gelernt. Erion hört genau hin. Deutsch ist schwer. Fußballdeutsch ein Mysterium. Guck mal, Nico lang dazwischen den Linien. Daniel 20 bitte. Und Jasper nicht breiter. Bleib auf dieser Höhe. Jetzt schließen hinten Tobi rüber. Gezeichnet wird's deutlicher. Wichtig ist vor allen Dingen defensiv. Das heißt, wenn der Gegner den Ball hat, hier die vier. Das ist dein Raum, dieser Bereich. Nicht hier vorne, nicht da, sondern wirklich da. Okay? Für die Standards. Das ist halt noch das kleine Problem da dran im Prinzip, dass man da merkt, gerade wenn wir Richtung gruppentaktische oder mannschaftstaktische Abläufe halt gehen, dass es dann Verständnisprobleme einfach gibt. Nichtsdestotrotz ist Erion da auch immer aber der Erste, der dann fragt bzw. das dann auch umsetzen will. Eingewechselt werden ist eigentlich eine Fußnote in einer Fußballerbiografie. Aber als Erion Bilali im Dezember 2016 im Alter von 16 Jahren im Trikot von Eintracht-Reine in der Landesliga Westfalen zur zweiten Halbzeit beim SC Wiedenbrück rein darf, ist es für ihn etwas Besonderes. Noch vor einem Jahr unvorstellbar. Erion stammt aus Albanien, einem der ärmsten Länder Europas. Mehr dazu gleich. Jetzt muss Erion erstmal mithelfen, am unbefriedigenden 0 zu 0 etwas zu ändern. Über rechts. Oder über Standards. Der hier könnte den Sieg bringen. Wertschätzungen. Dribbelstark. Sehr nett. Beweglich. Unfassbar fleißig und bescheiden. Kamera gewandt. Frotzeleien dieser Art gehören dazu für Erion. Seine Geschichte ist schon länger ein bisschen öffentlich, war in der Zeitung, im Fernsehen bei uns. Unterwegs zu sein, ist das Leitmotiv. Unterwegs war er in den letzten anderthalb Jahren ständig in halb Europa. Inzwischen klingt diese Geschichte fast wie ein telegenes Abenteuer. Das in Tirana zur Zeit des Besuchs von Angela Merkel bei Regierungschef Idi Rama beginnt. Die Kanzlerin lobt Albaniens Fortschritte. Spricht vom möglichen EU-Beitritt. Sie lobt Albanien als Land, aus dem man nicht mehr fliehen muss. Ein Land, in dem Erion mit dem großen Bruder Elidon plötzlich völlig allein ist. Die Mutter tot, der Vater weg. In Deutschland werden Albaner kein Asyl mehr bekommen, so viel ist klar, als die Kanzlerin Tirana wieder verlässt. Aber auch die Bilalis hält hier nichts mehr. Den Vater finden sie nicht, aber Fußball ist die Hoffnung. Fußball haben sie immer gespielt. Es gab schon einige, die aus Not und Trümmern kamen und aus denen was wurde. In Bremen hat der Gambier Mané kürzlich sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Und mit Shakiri hat's auch ein Albaner geschafft, der längst Schweizer ist. Ein Ziel. Mit dem Zug geht es über die Balkanroute. Überall irren Flüchtlinge aus Krisenregionen der Welt herum. Es sind viele, es kommt Panik auf. Um Ungarn wollen sie sogar eine Mauer bauen. Die Bilalis fahren an all dem vorbei, dem Traum hinterher. Der Rest ist reiner Zufall, reines Glück. Sie landen tatsächlich da, wo Flüchtlinge Fußball spielen. In Rees bei Chris Terhardt bei einer Mannschaftssitzung des FC Horizont. In Rees kommt man als Flüchtling zur Ruhe. Fußball ist Therapie gegen die Langeweile. Aber der 18-jährige Elidon hat in der Jugend des albanischen Rekordmeisters FK Tirana gespielt. Für Spaßfußball überqualifiziert. Da muss man schon sehr blind sein, das nicht zu erkennen. Da kommt die große Chance. Elidon spielt bei Arminia Bielefeld vor. Gibt es einen Vertrag, darf er bleiben und mit ihm sein Bruder Erion. Doch der Traum zerplatzt. Statt Amateur-Oberliga die Verlegung in ein Flüchtlingsheim in Rheine. Kein Anspruch auf Asyl, die Zeit läuft. Da fallen sie dem Hausmeister des Heims auf, der zufällig auch den Kreisligisten Amisia Rheine trainiert. Ich habe das ein bisschen als Weg gekriegt, auch verfreulich mit Elidon, auch mit Arminia Bielefeld. Und da habe ich dann mal gesagt, ich sage, Elidon kann sich gerne mal auch bei uns fit halten. Die Jungs haben sofort gesagt, Ralle, den brauchen wir, den macht das mal und so. Damit Elidon beim kreisligisten Amisia spielen kann, bekommt er von Gönnern des Clubs einen Ausbildungsplatz als Lagerist in Deutschland. Wer bekommt die Bilder? Firma Hackebau. Als Albaner bekommt er damit zwar kein Asyl, aber eine Duldung. Alle sechs Monate wieder neu. Wenn er in drei Jahren seine Ausbildung beendet hat, könnte er in acht Jahren unbefristet bekommen und hätte damit, sage ich mal, seinen Aufenthalt definitiv gesichert. Seither läuft es so. Der schweigsame Erion lernt Deutsch und anderes in der Hauptschule. Elidon fährt täglich mit dem Rad in die kleine Wohnung, die sie von der Stadt bekommen haben. Die Bilalis, eine albanische Kleinstfamilie in Rheine. Wo die Amisia, aktueller Spitzenreiter der Kreisliga A Steinfurt, gerade das letzte Heimspiel vor der Winterpause austrägt. Erion ist eingetroffen, das 0-0 aus Wiedenbrück im Gepäck. Hier steht es 8 zu 2 nach 60 Minuten gegen den SC Reckenfeld. Maschine rollt! Maschine rollt! Bruder Elidon arbeitet kräftig mit am neunten Treffer. Elidon spielt auch rechts vorne, ne? Ja! Das war er! Das Wochenende verbringt ihr zusammen, immer? Mit Fußball und was sonst noch? Laufen, spazieren. Kocht denn jetzt jemand inzwischen? Manchmal ich, manchmal er. Ich koche Spaghetti, die einfacher sind. Und was macht die Schule? Läuft richtig gut, ja. Dieses Jahr mache ich einen Abschluss. Guter Mann, ja, gibt's nix. Kommt sehr gut an. Technisch begabt, ja. Ist wirklich auch ein Kumpel. Und als solcher legt er den Zehnten auf. Zweistellig. Was machst du denn da? Kurz vor Weihnachten den Gegner demütigen, das gefällt dem Trainer nicht so recht. Aber was soll man da von draußen tun? Zumal die eigenen Töchter gerade mit dem Bruder des Flankengotts im Gespräch sind. Sehr integrativ. Man kennt sich. Dein Bruder lernt beim Trainer Deutsch, ne? Ja, bei Frau vom Trainer ist es sehr, sehr nett und der Trainer auch ist es sehr, sehr gut. Ich gehe den Samstag, wenn er Fußball hat, Bundesliga, und er sagt, kannst du dann mit Erion kommen, studieren Fußball, essen. Wenn sie dann bei uns in den Karten spielen. Ja. Stadt, Land, Fluss können sie mittlerweile auch. Wir machen dann halt so, ja, so ein bisschen mit Familienanschluss, also so backen, kochen zusammen. Wenn Fußball sowas macht, kann man auch mal feiern. Ich trinke, aber ich trinke nicht, heute nicht. Ich war krank diese Woche, Grippe. Also im Bett gelegen, richtig? Ja, ja. Und wer hat dich gepflegt? Mein Bruder. Ja? Ja. Was hat er gemacht? Kochen, Tee, jede Stunde oder so Tee trinken. He ain't heaven, he's my brother. He ain't heaven, he's my brother. He ain't heaven, he he ain't heaven, he miracle. Untertitelung des ZDF, 2020